Wenn es um Mundkrebs geht, kann die Früherkennung lebensrettend sein. Sie sollten monatliche Selbstkontrollen Ihrer Lippen, Mund und Rachen durchführen. Achten Sie auf Symptome wie rote oder weiße Flecken. Eine Wunde, die im Mund bleibt beim Kauen, Schlucken oder Sprechen. Dann informieren Sie Ihren Zahnarzt, wenn Symptome länger als zwei Wochen anhalten, auch wenn Sie keine Symptome haben, planen Sie Ihre regelmäßige Untersuchung ein. Ihr Zahnarzt kann eine gründliche Untersuchung durchführen, um mögliche Probleme frühzeitig zu erkennen.